Moin Leute, heute bin ich mal in Formel 1 2022 und falls die Mikroqualität schlechter sein sollte, das liegt daran, dass... Ich dabei bin! Genau, das ist mein Bruder und gegen den werde ich heute fahren. Allerdings halt im Splitscreen, das heißt ihr könnt beides gleichzeitig sehen. Wahrscheinlich hätte ich es am Ende eh so geschnitten und wir nehmen die ersten beiden Strecken raus, weil wir die zu oft gefahren sind. Alrighty, wir gehen rein ins erste Qualifying in Miami International Autodrom. Wir haben keine Ahnung, wer wo ist. Okay, ich bin oben. Oh mein Gott. Ja, schade. Das war's mit meinem Qualifying. Welche Position hat er? Wir wissen es nicht. Er ist hole natürlich. Ich würde sagen, wir gehen zum Rennen. Ich habe 14 Runden, um mich vorzuarbeiten. Die Bots sind viel schwächer, als ich eigentlich fahre. Also ich bin oben, mein Bruder ist unten. Oh, da gibt es schon ein unerlaubtes Überholmanöver, sehe ich. Du bist und du warst Paul. Wie kannst du überhaupt jemanden überholen? Was ist da los? Die waren in der Kurve außen. Yo, der drängt mich ja voll weg. Ich ziehe nochmal rüber. Bam. Wer ist da neben dir? Bam, der lebt auch. Oh scheiße, mein Frontflügel ist weg. Oh Gott, geradeaus. Tschüss, ich gehe in die Box. Ich habe mich verfahren. Ja, ich komme. Reifen in der Boxengasse. Ich komme auch in die Box. Wir gehen direkt auf die harten Reifen, dass wir durchfahren können. Ich habe Softreifen. Das war nicht so schlau, glaube ich. Du hast nicht gewechselt, oder? Warum kann ich hier in der Box auf den vierten Gang fahren? Oh, der. Oh mein Gott. Ich habe nach unten geguckt. Ich habe nicht gesehen, dass da eine Kurve kommt. Da ist die neue schnellste Runde. Und wir machen mal Zeit drauf, bis wir ein paar Gegner sind. Ja, mein Frontflügel ist wieder ab. Yo, bei mir sind Gegner. Come on, hallo. Joink. Joink. Opa, vor mir sind auch Gegner. Let's go. Hier, ich habe die Kurve verpänt. Da ist so ein einzelner Dude. Ich zieh vorbei, ich zieh vorbei. Ja, ich zieh vorbei. Ähm, ich kann es brennen. Hallo, ey. Er dreht mich. Mann. Guck mal, ein Frontflügel ist wieder ab. Er hat ein Rad ab. Er hat ein Rad ab. Liege ich auf der Strecke? Warte mal, bist du hier irgendwie? Ja, hier irgendwo. Da liege ich. Komm mal, in mich. Ja, schade. Jetzt in die Wande mit ihm. Oh mein Gott, nein. Ich fahr noch. Ich fahr noch. Ich fahr ich noch. Oh mein Gott. Das macht Platz. Oh, schade. Ja, das war es dann auch mit meinem Rennen. Wir gehen weiter zur nächsten Runde. Wo bist du reingefahren? Ich weiß nicht, aber bei meiner Wand. Kein Planung. Ja, ich bin auf deiner Wand. Let's go, jetzt habe ich die Pole. Warum ist er so viel schneller? Egal. Ich fahr über die Boxen-Einfahrt vorbei. Pass auf. Hier, guck. Guck, guck, guck. Jungs, war es so gut. Ich habe nur... Oh, du bist auf einmal 11. Und ich habe nicht geguckt. Ja, ich habe nur einen leichten Frontflügelscharm. Ich habe auch einen leichten Frontflügel. Hey. Hey. Wo ist man denn gerade? Da ist man denn... Ich habe noch nicht mal eine Verwarnung bekommen. Mein Frontflügel ist nur leicht. Weil er ist weg. Oh, mein Frontflügel ist jetzt komplett weg. Ich habe wieder nach unten geguckt. Mein Rad ist ab. Der fahrt gerade aus. Nein. Oh, schade. So, eine weitere Runde ohne Punkte. Wäre lustig, wenn auf einmal vertauscht wer und ich unten wäre. Oh, mein Frontflügel... Oh, mein Frontflügel ist auf einmal oben. Mein Frontflügel ist ab. Oh, mein Rad ist ab. Ich glaube, wir hätten es sich umstellen. Das war dumm im Nachhinein betreffend. Ich glaube, das war schon so gewollt, dass das auf der Einstellung war. Aber ich bin weiter... Ah, da ist mein Rad. ...dann greifen. Da hätte niemand. Das war mal wieder ein Müllqualifant für uns. Thanks. Du. Wir haben sich doch auch mal gegenseitig abgeschossen, oder? War das nicht weg? Oh, ja. Das war fest. Wollen wir das denn nie nachmachen? Dann muss ich gehen. Latifi! Ja, nein. Ich hab dich weggefahren. Ja, danke. Und ich hab ne Kolik... Ne, warte. Doch. Ne, hä? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich musste Latifi vorlassen. Ich weiß nicht. Aber hab ich ne Kolik... Oh, wer steht da? Ich! Warum stehst du da? Warum bist du da? Warum bist du da? Dicca! Dicca! Ja, unten. Wir müssen uns immer so blenden, um zu reinbringen. Ach so, was war das. Oh. Eine weitere Nullrunde also für das Red Bull Team. Oh, nee, Digga. Es regnet. Oh, was ist das? Im Regen ist schlimm. Im Regen ist alles so witzig. Oh mein Gott. Mein halber Frontflug ist weg. Das ist im Regen eigentlich... Game Over! Oh, das ist Game Over! Und? Darf ich in dich reinfahren? Nein, bitte nicht. Nicht nochmal. Auf Versehen. Hä? Du musst hier drücken. Oh mein Gott, Bro. Ich hab mich gedrückt. Ich hatte... Ich schwöre, ich hatte es gehalten. Und dann los, ja. Was ein Starr. Ja, guck mal da. Da hab ich meinen Toommate schon überholt. Und noch einen Platz gut gemacht. Oh, was tut es? Na, Digga. Oh, da kommt einer. Boom. Boom. Oh, nein, nein. Ha? Ja, ja, ja. Er verkackt wieder. Nein, ich wollte doch in die Box. Können wir mal bitte einen Double Pit Stop machen? Ja, können wir. Ich brauche einen neuen Frontflügel. Ich auch. Also eigentlich nicht, aber ich nehme mal einen neuen. Dann zeig ich ruhig. Aber Bro, ich will jetzt. Oh mein Gott, nein. Ich hab' ich hier ein langsames. Ah, jetzt bräuchten 9. Von Session. Blockieren da. Du bist du... Hä? Was hast du gemacht? Ich hab' auf dich gewartet. Du bist du lang so... So. Mal gucken, ob wir diesmal jetzt aufholen können. Oh. Oh, nee, Digga. Blödgelaufen. Jetzt hab' ich zwei, drei Sekunden Strafen, glaub' ich. Aber ich sollte noch in den Punkten sein, hoffentlich. Platz 7. Hm, Silverstone. Oh, Silverstone ist cool. Wird das das erste Qualifying, das wir beide finishen? Ja, let's go! So, letzte Runde. Jedenfalls für mich. Die anderen müssen noch eine mehr fahren. Let's go! Ich bin fertig. Tschüss, Jungs! Let's go! Das ist ein Doppelsieg für Red Bull. Dieses Wochenende gibt's sogar ein Sprintrennen. Oh, der Red Bull Ring. Der ist cool. Ups, mein Funfliegel ist ab. Mann! Hä? Hä? Wo ist er? Wo bin ich? Wo ist er? Und warum hab' ich nur zwei Sekunden Vorsprung? Hä? Oh! Gott, war das ein schlechter Start. Bro, wie kann er so krass annehmen? Oh mein Gott, Bro, noch einer. Oh! Oh! Bro, wie zieht er rüber? Ich weiß, du hast ne Kurve, aber trotzdem. Ja, komm! Digga, unerlaubtes Überholmanöver. Ne, ich hab' kein Funfliegel mehr. Wow, der zieht auf einmal fett. Ja, der Neustart. Ja, okay. Weg drüber, der kommt nicht an mir vorbei. Haha! Oh. Hier, guck mal, innen. Innen, wo. Ich hab' nicht. Junge, ich bin Elfter von Zwanzigster. Junge, das wird ehrlich was. Weg, weg! Crazy. Oh no, oh no, oh no. Ja, der, it's my time to shine. It's my time to shine. Lenk, danke. Oh nee, oh nee. Nein, komm. Ich brauch' dich. Also, nein. Ich muss dich vorlassen, oder, wenn du hinter mir bist. Ich komm' eh vorbei, wenn ich hinter dir bin. Also, wenn ich hinter dich komm'. Und wenn ich dich nicht abschüsse. Oh mein Gott, ich hab' keinen Frontflügel, der Match. Leichte Emotionale, da schaden. Hier jetzt innen, fuck. Wow, dies rüber. Cool Manöre hätt' ich gerne mit replay. Okay, hier noch mal langsam. Im Großbild. Ja, hier noch mal langsam Großbild, wie ich schaft verpixelt. Äh, Ferrari edit. Ha! Leck, leck, hat sein Flügel verloren. Der ist mir reingefangen, hat sein Flügel verloren. Nein, ich lass' dich vorbei. Ich schieße dich sonst du was von ab. Ich verfasste. Ich hab' mir so auch nicht. Oh, schweinig. Okay. Darf' ich dich for real abfüßen? Kannst du es versuchen? Okay. Eheh... 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 Oh No. Warte... Haha! Unununiversediger, jetzt kann ich dich übrigens. Was gibt's, was gibt's? Nein! Stopp! Hä? Warum war dein Ununiversediger schon wieder unerlaubt? Weil ich wahrscheinlich Off-Track war. Einfach rüberziehen, nehm ich ihn. Rudi, warum bremst du nicht? Ich habe wegen, können wir neu starten. Ich habe einen Frontflügel starten. Wie lange es dauert, bis ich die... Nein, Anti-Stall! Nein! Rüberziehen, rüberziehen, hier kommt keiner mehr vorbei. Äh! Hä? Ich gehe zu rüber und... Hä? Ich gehe zu rüber, von rechts fällt mir einer rein und links fällt mein Fügel auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nochmal neu starten. Einmal Dribbel-Lila, zweimal Dribbel-Lila, ja, let's go! Ja, supi! Nein! Okay, warte, dann will ich aber kurz noch crashen, danke. Nochmal starten, okay? Ey! Nein, crash nicht! Sonst ist es vorbei! Starte neu! Mir ist komplett einer reingefahren! Joink! Du hast keinen Brot mir umschaden! Warte mal, warum bist du vorbei? Hey! Haha! Sainz, wo ist denn Sainz-Frau drauf? Ey, ich hab DHS! Bro, was fährst du da rein?! Ey, Sorry! Ui, er zittert. Joink! Oh mein Gott! Yo, eigentlich guter Drift. Du kommst nicht immer dran. Ey, komm! Ja, weil ich Geld aus dem Arm war. Versuch mir mal einen Platten zu geben. Einen Platten? Wie? Keine Ahnung. Aber ich hatte immer einen. Da hab ich so leicht die Wand so fischiert. Aber in 10 von 9 Fällen fällt der Reifen einfach ab. Soll ich nochmal so woink machen? Ja. Mach mal aber richtig. Oh, da ist der Franz. Junge, du wirst grad fast in mich reingefahren. Ist es dir bewusst? Ich hab nix gesehen. Ey! Ey, wo muss ich hin? Oh mein Gott. Junge! Was ist denn in dich gefahren? Ja! Für mich! Achtung! Innen vorbei bei Latti. Außen vorbei und dann innen hier auf. Innen switchen! Oh mein Gott! Ich park mal hier kurz. Ah! Nein! 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 Mann! Mann! Das ist grad nicht passiert! Nein! Das ist crazy! Jetzt schlechter! Wieso stehst du auf einmal da? Ich hab da mal gepackt! 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 Der Stroll vor mir pär drüber! Auf einmal! Da steht so jemand! Da steht so jemand! Da steht auf einmal jemand! Moin! Einmal kurz winken hier! Du wurdest fett durchgereicht! Du bist Elfter! Oh! Das gefällt mir! Oh! Nee! Jo! Ich grüffte kurz! Ähm! Ich frag mich aber wer! Achso! Ich bin der erste! Ziel! Wow! Oh mein Gott! Leute! Wir haben keinen Damage! Der hier? Ja! Oder? Oh! Oh! Ich hab beide Reifen verloren! Das ist ein Vortritt! So! Dann holst du dir jetzt endlich mal den Wind! Loser! Du enrollst du dem Wind! Danke boot! Herr weilstein! Schmelzlicher! Kjeldel! Femmäßig! Ich muss vers была an der Hintergrund- und gegen sieben hier oben. Das istำwe отправ nap und sieben hier oben... Dassel du Rimmer auf NOR Movistischeceu? Servant kommende toyice kann. Die rirsece wie auch dicke! arb Marina. Die fahren immer hier so auf der Seite, oder? Die fahren immer an der Bande rechts, weil da ihre Teams sind, oder? Ne, warte mal, da hast du mich ja besiegt. Da wir heute nicht ewig Formel 1 fahren können, müssen wir es jetzt erstmal bei dem Ergebnis belassen. Falls ihr noch mehr davon sehen wollt, werden wir es wahrscheinlich irgendwann mal streamen. Also schaut da gerne auch vorbei. Und damit würde ich dann sagen, ist unser erstes Formel 1 Abenteuer auch beendet. Lasst gerne noch ein Like und ein Abo da. Und dann, ciao! Tschüss!